Das Aldenhofen Testing Center ist ein modernes, interdisziplinäres Testzentrum für Mobilität. Als Joint Venture des Kreises Düren und der RWTH Aachen University steht es allen interessierten Unternehmen, insbesondere KMU und Start-ups, gleichermaßen offen. Zwölf Streckenelemente erlauben es, annähernd alle Situationen aus dem Realverkehr nachzubilden. Für die Erforschung, Entwicklung und Absicherung von Mobilitätssystemen und Funktionen ist es unablässig, sie zunächst auf einem abgeschlossenen Testgelände einzusetzen. Erst wenn sie dort ihren Reifegrad nachgewiesen haben, können sie im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Zu unseren Kunden gehören Fahrzeughersteller und Zulieferer, Forschungs- und Entwicklungsdienstleister sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus sind wir eine beliebte Location für Firmen-Events. Unsere Kunden können für ihre Tests unter anderem ein 2 Kilometer langes Oval mit Steilkurven, eine Fahrdynamikfläche mit 210 Meter Durchmesser, einen Hügel mit Steigungen bis 30 Prozent sowie ein vierspuriges Autobahnelement nutzen. Außerdem gibt es eine vollwertige und variable städtische Testumgebung. Dank der Abdeckung mit dem modernsten Mobilfunktestfeld Europas kann die Vernetzung der Fahrzeuge im Verkehr allumfassend dargestellt werden. Durch unsere Kooperation mit Vodafone deckt 5G Mobility Lab unser gesamtes Gelände ab. Ein dediziertes WLAN sowie aktuelle und zukünftige Mobilfunkgenerationen stehen für die Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur zur Verfügung. Mit dem 5G Mobility Lab steht eine der modernsten Mobilfunkentwicklungs- und Prüfumgebungen für die vernetzte und autonome Mobilität der Zukunft zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.